Nur du, Tuff. Da sind alle drauf. Da singt man ja ne Platte. Also, nicht singt man nur, weil ich mich ganz nach vorne höre. Irgendwann hab ich, als du dann mal Gitarrenmärchen irgendwas zugespielt hast, gedacht, okay, irgendwie hör ich's falsch. Dann bin ich mit dem Ohr direkt vom Wassersteller, gell? Dann bin ich mit dem Ohr direkt. Ich bin aus домe. Und dann bin ich mit dem Ohr direkt. Das war's für heute. Was ist denn? Was soll man jetzt mir verstehen? Davon du wirst nicht verstehen? Ja.